Armin Fee hat Besuch. Markus Babbel, einst mit Fee beim VfB Stuttgart, erst als Spieler, dann als Assistent und dessen Nachfolger als interessierter Zuschauer bei Frankfurts Vorbereitung auf das große Spiel gegen die Bayern. Rein privat versteht sich. Tipps braucht die Eintracht von Babbel nicht. Denn in München hängen die Trauben ohnehin fast unerreichbar hoch. Und trotzdem freut sich jeder drauf. Das ist die beste Mannschaft der Welt und ich denke, das ist immer ein Highlight, sich mit den besten Spielern der Welt messen zu dürfen. Der Heimsieg gegen Hertha BSC hat alle erleichtert. Das Selbstvertrauen ist zurück. Aber die Eintracht steckt nach wie vor im Abstiegskampf. Wir wissen, wie eng es ist und wir brauchen immer auf die Tabelle zu sehen, dann weiß man genau, wo man steht und da, glaube ich, wird keiner leichtsinnig oder hebt ab. Mittelfeldspieler Rode, der in der kommenden Saison für die Bayern spielen will, wird sich den Münchnern wohl nicht persönlich vorstellen können. Ihm droht die fünfte gelbe Karte. Trainer Fee möchte Rode deshalb schonen, um ihn eine Woche später gegen Braunschweig zur Verfügung zu haben. Alex Meier wird hingegen sicher spielen. Ob er auch über den Sommer hinaus weiter für die Hessen agiert, ist unklar. Gerüchte über neue Vereine reißen nicht ab. Ich nehme das nicht so ernst, dass ich weiß, wer Interesse hat und wer nicht. Und wie gesagt, wichtig ist, dass ich mich auf die Eintracht konzentriere und auf den Abstiegskampf. Und ich habe schon gesagt, Eintracht ist mein erster Ansprechpartner. Und ich fühle mich hier wohl und wir probieren die Klasse zu erhalten und alles andere interessiert mich im Moment nicht. Das einzige, was ihn und die Eintracht beschäftigt, ist das Auswärtsspiel in München, auch wenn keiner ernsthaft an eine Sensation glaubt. Die Eintracht Die Eintracht